So, okay, wir haben jetzt hier die erste Map von Pickaxe, Alter. Ich mach ganz kurz auch mal die Musik aus, dass ich das auf YouTube hochladen kann. Ohne Probleme. Ah, okay, hier kann man rüberlaufen, oder? Ah, perfekt. Ist das die Map von Reapers? Nee, nee. LOL, Junge. Digga, ach so, ob das auch so eine Bruchmap ist. Jo, okay, Digga. Was für eine Map, man. Kann man da ganz normal drüberlaufen? Da rutscht man ab. Man rutscht ab. Aha, okay, 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 okay. Man muss immer springen. Aber es nicht abrutscht. Okay, Digga, die Map ist jetzt schon ein Bruch, man. Junge, was ist das für eine Scheiße? Ich hoffe, du hast gerade einfach richtig Spaß, dass ich mich gerade darüber aufreg, gell? Ah, was ist das für ein Map, man? Digga, ich rutsche die ganze Zeit da ab, Bro. Ich rutsche die ganze Zeit da ab. Aha, aha. Nein. Nein. Ich hab's raus. Digga, du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich verarschen, glaub ich. Der Bruder will mich verarschen. Der Bruder will mich so verarschen. Es ist aber machbar. Es ist aber machbar. Alter, das waren 10 Minuten. Das waren 10 Minuten, Bro. Niemals. Das waren doch keine 10 Minuten, oder? Alter, okay, das ist schwer. Naja, ich glaub aber nur am Anfang ist das schwierige. Das andere sieht nicht so schwer aus. Hoffe ich mal zumindest. Aber ich will die Map schaffen. Ja? Nein? Was zum Teufel, Digga? Was ist das für eine Scheiße, man? Hä? Warum fliegt ihr da einfach zu weit nach vorne, ob ich mich da hingelenkt hab, man? Ich muss wieder ruhiger werden. Ich muss wieder irgendwie rüberbouncen. Aha. Muss ich dabei springen, aber... Oder nicht? Kommt auch direkt rüber? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier springen muss. Oho. Oho, oho. Oho. Oh mein Gott. Erster Checkpoint. Wichtig, Jungs und Mädels. Sehr nice. Wo geht's hier lang? Da drauf. Okay, okay. So, okay. Geil. Der Nächste ist da drüben. Oh mein Gott, Junge. Okay, jetzt da drauf. Okay, okay, okay. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, was genau passiert ist hier? Was genau passiert ist da, Alter? Wo muss ich da hin? Runter aufs Letzte? Okay. Ah, das ist auch so ein Block. Ah, okay, okay. Können wir davon abkürzen, oder? Ja, so. Nein. Aber die Map ist geil, Digga. Die Map ist richtig geil. Die bockt sich richtig krass. Die Map ist richtig geil. Alter, wie soll man da hinlenken? Tschüss, Junge. Geisteskrank. Aber macht Spaß, macht Spaß. Echt sehr, sehr geile Map. Muss nur noch rausfinden, wie man es da hinlenkt. Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. So, der Timer ist wieder da. Aber, ich werde schon besser hier. Macht Spaß bis jetzt. Macht Spaß. Was sehe ich hier noch? Hier sehe ich noch Trampoline dann. Aber das ist wieder der nächste Checkpoint. Ja, das ist machbar. Ist machbar. Der eine Part damit er voll ist, macht richtig Bock. Der Anfang ist echt das Schwierigste von der Map. Ja, Mann. Sehr, 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 sehr geil. Nein. Was? Ah, jetzt habe ich es. Wichtig. Wichtig. Starkes Ding, starkes Ding, starkes Ding. Boah, okay. Das sind auch nochmal schwierige Sprünge. Ja, also das sind auch nochmal auf jeden Fall gute Sprünge so. Also die sind echt nicht ohne. Ja, starkes Ding. Starkes Ding. Oh, ich glaube. Oh. 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 Nein! Was? Was kommt da noch alles? Okay, 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 okay. Okay, ist machbar, ist machbar, ist machbar, ist machbar, ist machbar. Wie gesagt, wenn ihr auch mal Bock auf meine Map habt, checkt mein neuestes YouTube-Video ab. Dort habe ich auch den Link drin, also meinen Map-Code. Ihr könnt auch mal meine Map gerne spielen. Ihr könnt mir auch dann die Kommentare unter Video schreiben, wie ihr meine Map gefunden habt, ob ihr die schnell geschafft habt, wie ihr die fandet, ob ihr die überhaupt geschafft habt oder nicht, wäre schon cool. Von wem ist die Map? Von einem Zuschauer, Bro. Die Map hier ist von einem Zuschauer. Ja, Mann. So will ich das doch sehen, Alter. Was? Seit wann ist da noch ne Axt, Digga? Bro, es ist... Die Map macht Bock, aber... Ich werde kurz vorn durchdrehen. Jetzt habe ich es geschafft, der Timer kommt gleich wieder. Achtung. Ja, der Timer kommt da gleich. Ich habe so viel Zeit hier gebraucht jetzt. Schade. Schade. Der Timer ist wieder da. Egal. Der nächste Try wird es. Der nächste Try wird es, Jungs und Mädels. So langsam möchte ich den Dreh raus. Ja, Junge. Geil. So muss es doch aussehen. So, das war wirklich. Ich wollte mich nicht mehr so aussehen. Ich wollte es, Jungs und Mädels dabei. Also ist die Begrüße. Die greenhouse ist noch nie so aussehen. Das war nicht mehr so aussehen. Doch jetzt können wir beide. Derética ist, also die Mästeigen. Auch wenn eine Mästeine ist. Aber erst fangen und die Mästeine ist. Das war nicht der Zeit. Oh mein Gott. Alter. Ja, man. Wichtig, Alter. Let's go, Junge. GG's in the chat, man. GG's in the chat. Die Map war richtig geil. Die Map hat sich richtig gebockt, man. Die Map war richtig geil, Alter. Holy shit, man.